Hm. Sieht alles nicht so schön aus hier. Da könnten wir uns verstecken, aber da würde man uns sehr schnell sehen, wenn wir hinlaufen. Speicher mal. Verstanden. Dann laufen wir mal hier rüber. Jawohl. Das erinnert mich an den anderen Bahnhof, den wir auch mal erobern sollten. Er guckt hierher, er guckt nach oben. Das heißt, ich könnte mich hier hinsetzen. Über das Gatter springen. Und mich hier irgendwo verschanzen. Gab es nicht die Möglichkeit? Ah, hier, hier, da. Okay. So, jetzt haben wir wenigstens einen ordentlichen Überblick und sehen, ob hier jemand langläuft. Und wo die... Überall langlaufen. Hier ist keiner, geht weg. Ich habe mir das nämlich schon fast gedacht. So, jetzt muss ich aber noch irgendwie einen zweiten dort mit hinkriegen, damit wir zumindest zwei Steine schmeißen können. Du da. Hier steht auch noch alle hier unten rum. Du kommst auch noch mit. Bereit. So, und das Schöne ist, dass wir das jetzt alles hier unter Kontrolle haben und sehen können. Zu diesem Aussichtspunkt sollten wir nicht gehen. Zu dem Aussichtsposten. Da sitzt der Scharfschütze drin, dem ich nicht unbedingt begegnen muss. Das ist nicht so mein Begehr. In Bewegung. Speichern. Gehe los. Dann kommst du hier durch. Wie weit könnte der gucken? Wahrscheinlich nicht so weit, dass er uns hier sieht. Jawohl. Sehr gut. Bleibst mal kurz dann hier stehen. Dann suche ich mal eine Position, wo wir trotzdem irgendwie geschützt sind. Geht nicht. Äh. Die haben auf jeden Fall noch ein großes Geschütz da. Ja, die beiden. Der kommt nicht so nah. Und wenn wir den einfach rufen würden? Mit einem Stein? Aber der würde uns ja sehen. Das heißt, du müsstest als erstes einen Stein schmeißen? Okay. Ich versuch's mal. Denn wenn der weg ist, kriegen wir die beiden bestimmt. Wir sind ja schon nah am Ende. Wir haben ja nur noch zwei Glocken vor uns. Und dann ist bald Ruhe. Guck mal, was ist das? Der guckt nicht so weit. Sehr schön. Das sollte er bemerken. Das sollte er bemerken. Ja. Blutsche Beutjegljanot. Ganz genau da drüben. Neue Befehle? Befehle. Nee, der sieht dich. Gott. Einer weniger. Verstanden. Okay. Speichern. Der nächste bitte. Auf unserer Liste. Ich mein, die beiden könnten wir gleichzeitig kaputt machen. Ich muss mir das mal angucken. Das sind auch wirklich die einzigen beiden. Da oben sind aber auch noch zu viele unterwegs. Das wird nix. Speichern. Dann gehst du zu ihm. Feindkontakt. Suche Deckung. Der guckt hier her. Verstanden. Setz dich mal bitte zu ihm. So ist perfekt. So ist es hervorragend. Okay, jetzt kriegen wir sie alle. Erstmal den hier. Ganz genau da drüben. Ja, ich höre. Stöte Müller. Ich weiß nicht, ob er das bemerkt hat. Doch, hat er. Das sollte er bemerken. So bereit, wie es nur geht. Guck mal, was ist das? Guck dir doch mal den Stein an. Der fiel hier so schön hin. Ja. Ganz genau da drüben. Ja, ich höre. Komm her, hier. Du musst kaputt gehen. Danke. Speichern. So. Jetzt können wir noch einen mit hochholen. Und den vorne beim Schützen einsetzen. Ich würde gerne noch an das Metall rankommen. Aber das wird nichts. Ja, drei Leute auf einmal ist natürlich nicht ganz so geil. Aber wenigstens können wir uns einen schon mal holen. Guck mal, was ist das? Steinchen. Gut. Gut, wieder einer weniger. Ja, hier in Stellung. Speichern. Du holst dir jetzt den da. Das ist der einzige, der hier unten im Süden sitzt. Zusammen natürlich mit dem Scharfschützen, dem wir hoffentlich nicht begegnen. Jawohl. Er ist so gut wie tot. Gut gemacht. Den da kriegen wir nicht so schnell. Suche Deckung. Du gehst jetzt erstmal in das Gebüsch hier drüben. Feindkontakt. Speichern. Ja, du kannst ihn nicht kaputt machen. Aber du kannst ja mal versuchen, das Metall zu holen. Wenn das funktioniert, dann hauen wir wieder ab. Den soll der da meinetwegen versauern drin. Er ist der einzige, der denn am Ende noch übrig ist. Gut. Tschüss. Na, hat doch funktioniert. Dann habe ich das Metall jetzt auch. Wir plündern ja alles. Guck mal, was ist das? Ein Stein. Schnell, lauf ihm hinterher. Komm her, hier. Hoffentlich. Ja, doch, war noch. Okay. So, komm her, hier. Verdammt. Da, hol dir den Stein. Und geh kaputt. Dankeschön. So, wieder mehr Ruhe. Das freut mich. Das Teil können wir leider nicht benutzen. Das ist sehr schade. Ich frage mich, wo ich dich jetzt am besten positioniere. Erstmal hier. Vielleicht kriegen wir dann den Grenadier auch nochmal, wenn wir ihm hinterherlaufen. Hier sind ja jetzt zwei Leute weniger. Das spielt uns in die Karten. So, du guckst mal ganz kurz dorthin. Dann wirst du einen Stein so schmeißen, dass der eine uns schon mal hört. Ja, ja, ganz viele Druskis. Drugis. Ich komme ja hier. Da oben ist auch noch einer. Könnte uns auch gefährlich werden, wenn wir dem Grenadier hinterherlaufen wollen. Ein Stein. So, ihr dürft euch jetzt prügeln, wer ihn als erstes kaputt macht. Beide gleichzeitig. Super gemacht. Okay, bald kommen wir an die Glocke ran. Es sind noch zwei Glocken übrig. Vier Glocken allein in dieser Mission. Das ist unglaublich. Oder fünf? Auf jeden Fall sehr viele. Speichern. Mal sehen, ob wir den nicht auch noch kriegen können. Mal sehen, was da ist. Der läuft hier eh vorbei. Ah, nicht ganz. Guti. Brauche ich da jetzt nicht mehr viel machen? So, du guckst jetzt erstmal wieder nach den Leuten. Da ist auch noch einer. Es sind noch viel zu viele. Dann schmeißen wir einen Stein für dich. Genau da drüben. Jo, der Richtige hat es gemerkt. Super. Und er setzt sich wieder hin. Na super. Dann schmeißen wir hier einen Stein hin. Der läuft wenigstens los. Der nimmt seine Pflicht ernst. Hoffentlich. Da hin. Dann bitte hier hin. Zu befehlen. Und egal, ob du dem Stein jetzt nachläufst oder nicht. Wir haben dich. Speichern. Ui. Sehr schön. So. Wow. Was war das bitte? Wieso kommt er jetzt mit mal? Weil er sich wundert, dass seine Freunde weg sind? Guck mal. Was ist das? Da ist ein Stein. Steine sind ihm egal. Jawohl. Aber er hat seinen Freund schreien hören. Auch nicht schlecht. Ja, dann muss ich dich eben so hierher locken. Das geht natürlich auch. Verstanden. Guti. Sobald er sich umdreht, haben wir ihn. Hat er sich einfach hingesetzt? Gut, soll mir recht sein. Das war ja auch eine interessante Aktion. So. Alle Lagerfeuertypis sind weg. Die beiden Patrouillen. Die drei Patrouillen sind weg. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Treibstoff zu holen. Verstanden. Und uns auch noch um ihn zu kümmern. Oder auch nicht, weil da schon wieder ein anderer langläuft. Es ist doch zum Heulen. Geht weg. Setz mich mal hier rein. Okay, jetzt kriegen wir ihn wenigstens. Da haben wir noch ein Auto. Oh, schön. Super gemacht. Speichern. Okay, dann setzt du dich da hin. Und du kommst und setzt dich da mit rein. So haben wir alles im Blick und können noch ein paar Steine schmeißen. Okay, und du gehst mal hier hin. Mal sehen, was da ist. Bisher ist es noch relativ ruhig. Und wir sollen den Bahnhof erobern, um dann dementsprechend wahrscheinlich den Zug zu bekommen. Mal sehen, ob ich ihn rauslocken kann. Das wäre ja optimal. Sobald der Stein resettet ist, gleich wieder nutzen. Da hin. Danach schmeißen wir den Stein noch hier hin. Dann muss er sowieso an uns vorbei. Und dann haben wir es geschafft. Schau dir das mal an, ja? Ja. Goodie. Das wäre geschafft. Es sieht so aus, als wenn die Eroberung des Goldzuges nicht alles ist, was wir hier machen müssen. Es wird wahrscheinlich noch mehr Aufgaben geben. Aber wir kommen gut voran. Okay, ich hoffe, der will hier nicht rein. Nee, der dreht sich gleich wieder um. In der Zeit kann ich Metall holen. Wir können leider nicht an die Außengrenze. Das bedeutet, dorthin zu laufen wird nichts. Aber ich bin erst mal froh, dass wir es bis hierhin alles haben. Wir können uns da auch nirgendwo verstecken. Das heißt, wir hauen hier mal ab. Und gehen da ins Gebüsch rein. Hier haben wir auf jeden Fall alles mitgesammelt. Und die Gewehrmunition holen wir uns später auch noch. Hier liegt noch was rum. Maschinengewehrmunition. Die will ich natürlich haben. Unser Grenadier. Kann hier übrigens auch mal sammeln gehen. Den Sanitätskasten würde ich auch gerne mitnehmen. So, und den da oben, den müssen wir jetzt auch langsam mal holen. Ich schaffte aus. So bereit wie ihr schmucket. Können nicht so weit schmeißen. Verstanden. Dann locken wir ihn erstmal auf andere Weise. Neue Befehle? Sicher doch. Was sollte er bemerken? Ich bin ganz nur. Du siehst ja wohl. Befehle. Das sollte er bemerken. Verstanden. Du haust mal bitte ab. Ich will nicht, dass du da noch ins Kreuzfeuer gerätst. Okay. Dann kriegen wir auch den. Machen schon mal die eine Glocke kaputt. Guck mal. Ein Stein. Ist der nicht hübsch? So, und leider hat jetzt dein letztes Stündlein geschlagen, denn wir haben dich. Ich mag meine Kundschafter. Mit denen läuft das immer gut. Zack. Speichern. Man muss sich nur ausdenken, wie man weiterkommt, nicht? Den Wagen könnten wir auch nutzen, um dementsprechend natürlich das ein oder andere hier zu erobern. Aber jetzt bin ich erstmal... Was? Feind gesichtet? Wo? Speichern. Muss ja gerade hier lang gelaufen sein. Mach mal die Glocke kaputt. Super, nimm noch Treibstoff mit. Wunderbar. Und jetzt setz dich erstmal da rein. Und währenddessen kannst du hier unten Maschinengewehr Munition holen. Und wir gucken jetzt erstmal, was da noch sein soll. Hier ist doch keiner. Wo habt ihr den Feind gesehen? Hm. Ich würde mich am liebsten ins Auto setzen, aber das machen wir zuletzt. Und dafür holen wir euch jetzt auch hoch. Dann gehen wir da einfach mal lang. Bisher haben unsere Leute nicht allzu viel Schaden erlitten. Derjenige, der sich das Bein gebrochen hat, hat es nicht mehr gebrochen, weil wir ja neu geladen haben. Denn das habe ich nicht akzeptiert, dass er da einfach rumsteht und darauf wartet, abgeschossen zu werden. Das war jetzt nicht wirklich schlau. So, den hier unten, der ist uns egal. Den lassen wir auch völlig in Ruhe. Du kannst im Moment auch nicht viel machen. Setz dich jetzt erstmal hier drüben ins Gebüsch. Ihr seid jetzt auch endlich mal alle da. Das freut mich. Dann könnte ich euch beide im Auto gebrauchen. Und dich packe ich noch mit dazu. Speichern. Doch, wir sind sehr weit gekommen. Alles sieht gut aus. Hier ist auf jeden Fall keiner mehr unterwegs. Nee, Sache ist frei. Da drüben ist auch nichts. Keine Waren, kein nichts. Da sind auch keine Menschen. Da auch nicht. Das ist das Teil, das wir erobern müssen. Ich sehe jetzt hier keine Leute mehr. Nur noch der eine hier oben. Oh, und ein Offizier. Ja gut, das ist doof. Offiziere mag ich nicht so. Äh, was machst du hier? Dich wollte ich gar nicht mitnehmen, aber ist okay. Ihr steigt mal ins Auto ein und dann hauen wir den Offizier aus den Socken. Speichern. Danke. So, Ruhe. Speichern. Du wirst jetzt die Glocke auslösen. Da drüben steht noch eine schöne Haubitze. Die könnten wir auch noch nehmen. Du bist ein ganz ohrer Typ. Guti. Speichern. Ich will nicht, dass die Haubitze kaputt geht. Das heißt, ich warte, bis er hier weg ist, damit wir die gleich erobern können. Und du guckst mal, ob da noch was ist. Nee, ne? Nur Treibstoff. Okay. Jetzt könnt ihr dort hinfahren. Sehr gut. Das waren definitiv alle, bis auf der eine Schütze, der oben noch steht, den wir nicht kaputt machen werden. Da werde ich mich nicht hintrauen. Ihr geht jetzt erst mal das ganze Zeug holen. Und zwar alles. Ihr kommt jetzt auch mit hoch. Genauso wie ihr. Denn wir müssen wahrscheinlich gleich verteidigen. Es wird nicht umsonst da eine Haubitze rumstehen. Sollte mich wundern. Zu befehlen. Gehe los. So, du holst das Zeug. Befehle. Du holst das da. Gibt es Befehle? Ist ja auch noch was. Ja, auch noch ein Geschütz. Du willst dich da nicht reinsetzen. Kundschafter können das nicht oder dürfen das nicht? Sie können das nicht. Gut. Gucken wir mal, ob ein Gewehrschütze das kann. Auch nicht. Da dürfen wir uns nicht reinsetzen. Da aber auch nicht. Ungewöhnlich, oder? Ich kam. Ich sah. Ich abonnierte den Kanal. Und ich habe ein Like dagelassen. Ich glaube, ich habe an alles gedacht. Ich habe an alles. Vielen Dank.